So und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Days Gone. Ich weiss nicht, ob die voranige Folge, ob es die runtergeladen hat. YouTube kommt da eine Fehlermeldung an. Ich muss das probieren, wenn ich es so machen soll. Aber wir sind jetzt auf dem Weg. Für das hierher wollen wir. Wegen Buses Arme. Können wir hier am Norden eine Schnellreise machen? Irgendwie in die Nähe. Es sieht nicht danach aus. Ja, hierher könnten wir auch gehen. Da muss ich dir diesen verdammten Scheiss tun. Ich fahre es einfach. Ich bin dabei. Moment. Ich fahre es einfach durch. Ich fahre es einfach durch. Ich fahre es! Es ist ja manchmal auch kein Binteressanter durchzufahren, wenn ein Bär kommt. Aber da hängen wir einfach ab. Je, da kommt natürlich auch so einen verdammten Scheiss-Tunnel. Aber ich fahre es einfach durch. Ich fahre es einfach durch. Ich fahre es einfach durch. Ich fahre es einfach weg in der nächsten Mitte. Ich fahre es einfach durch. Ich fahre es einfach. Ich hasse die Tunnel, ich hasse... Ui, für das Menge hier. Ich versuche, mein Möglichstes daraus zu machen. Hoffentlich halten meine Waffe so lange. Ich habe ja jetzt mein Leben wieder aufgefüllt bei mir. Das letzte Mal bei den Niro-Spritzen. So, hey, 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 das gibt es doch nicht. Hey, hey, das hat mir wieder die Schrott genommen. Jetzt habe ich wieder nur noch drei Schrott. Ich komme nur gleich da, hey, 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 du. Du hast ja gerade recht. Ich bin gerade wütend, hey, 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 weil die mich da so dermass ab meinem... Die mich da so dermass ab meinem Töff herabschlenken. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe ja gesagt, die hassen die Tunnel. Das darf doch nicht wahr sein. Lass mich ruhig. Lass mich ruhig. Ich habe ja vorhin gerade nicht gesehen, wie es euren Kollegen vorhin gerade gegangen ist. Jetzt kommt noch so ein verdammter Jäger. Da geben wir ihm den Booster so viel wie wir können. Oh, schieß doch! Schieß doch! Ich habe ihn erledigt. Heilen muss mich auch noch. Dann kann ich anhalten, dann kann ich heilen. So, ist das jetzt wieder eine Fahrt? Das geht dann wieder super gut los. Metallrohr, wo bist du? Wo ist das für Metallrohr? Ich sehe das hier nie. Da ist eine Bank. Ja, dann holen wir doch noch eins. Das ist wieder eine Folge heute. Ich glaube, ich muss da irgendwie drauf achten. Oder hier bin ich auf die Sonneweite gelaufen. So, Metallrohr haben wir. Wo kriege ich eine Klinge her? Moment mal, wo war noch mal dieser Sportladen? Schöner Donut hergelegt, Pau, oder? Ein Dreiviertel Donut habe ich hergelegt. Hier oben ist eine Sportladen. Hier ist es. Jetzt brauche ich noch eine Klinge. Wo haben wir eine Klinge? Eine Klinge. Eine Klinge. Schauen wir uns mal um. Ah, geht doch. So. So. Nur dieses Geiss hatten wir. Na gut, wo? Ah. Ja. Dann haben wir einen Hammer. Sorry, bitte. Oh. Ah! Nein! Nein! Ich habe es gesehen, hier nebenan... Oh, das will ich auch nicht! Das will ich nehmen. Das will ich nehmen. Jetzt muss ich noch Schrott suchen. Zuerst gehe ich zum Töpfen. Dann tanke ich meine kostbare Schrott. Ich will nicht alles für den Bowser. Ich will nicht alles für den Bowser. Munition habe ich noch nichts gebraucht. Oh, ich habe schon etwas gebraucht bei diesen Jägern. Ich habe da schon alles Schrott gesucht. Schrott ist ja so mangelbar. Ja, greif ihn an! Strassenräuber, verdammt! Ihr wartet wohl schon auf mich, hm? Eine Lappe und eine Rohrbombe. Aber Schrott haben sie nicht. So, das gibt einfach nur noch einen Schlag gebraucht bei denen. Hier habe ich noch etwas Schrott rausgenommen. Hier liegt noch etwas Schrott rum. Eine Flasche, aber eine Flasche nehmen wir. Eine Flasche ist auch immer gut. Eine Flasche ist auch immer gut. Aber ich suche jetzt endlich Schrott. Der Kerre hinten ist eigentlich auch nie Schrott. Aber wir probieren unser Glück. Vielleicht... Nein, vielleicht habe ich einmal Glück. Das ist nachher, was ich nicht aufgetragen habe. Ich muss noch drei Schrott haben. Noch drei Schrott muss ich haben. Das ist das hier. Da gibt es wieder Muni, aber ich sollte Schrott haben, nicht Muni. Ich finde nie mehr Schrott. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die finden nie mehr Schrott. Hier liegt es einfach rum. Wie viel gibt es mir. Eins. Da hinten sind die Nester gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es da drin Schrott hat. Mal, schau da. Schau da. Nur noch einen Schrott muss ich haben. Noch einen Schrott. Was das ist, habe ich ja keine Ahnung, was das immer ist. Das kann ich zwischen ihnen nehmen und zwischen ihnen nicht. Vielleicht auch auf den Holzladen. Auf den Holzladen tut man doch immer etwas Schrott her. Ja ja, siehst du. Das wird sich erreichen. Das ist normal, dass man auf den Holzladen schrott tut. Das ist ja normal. Das macht man einfach so. Heutzutage. Jetzt sind wir weit weg vom Bike gewesen. Aber ich mache den da gleich. Jetzt ist es wieder so. Ich kann schnell reisen machen. Wo bist du? Kann ich eigentlich schnell reisen machen? Es geht. Der Gegner war nicht zu nah gewesen. Ja, ich weiss. So nicht infiziert. Das hat mich schon Menge kaputt gemacht. Da hier. Ja, ich müsste halt weit fahren. Braucht eine grosse Ladezeit. Ja, ich frage mich immer noch, warum es das nicht geht. Warum das YouTube nicht runterladen will. Da kommt jemand. Oh, hey. Mach auf. Wir suchen keinen. Also. Vor ein paar Monate waren wir dann. Woher jagt es mich da? Aha. Zu der Riky. Zu der Riky. Weimer. Hey. Hey. Ich habe die Teile, die du haben wolltest. Oh, toll. Gut. Komm in ein paar Tagen wieder. Dann sehen wir weiter. Ah, Riky. Danke. Klar. Usa ist jetzt einer von uns. Ja, ja. Was ist das? Ja, 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 was ist das? Das ist das Maximum. Ja, das Maximum. Das Maximum. Das Maximum. Das Maximum. Dann nur die Optik, sonst ist nichts. Das ist gut, lassen wir. Dann noch die Optik. Der Name gibt es etwas mehr Licht. Das gefällt mir besser so. Das gefällt mir besser. Auspuff. Mal schauen, was wir hier haben. Wir nehmen den hier. Den gefällt mir. Das haben wir noch. Lenkenschütze. Kaufen wir Bremsenstandard. Die kaufen wir auch. Das sieht jetzt gut aus. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, das machen wir nicht. Sieht so besser aus. Also. Ich bin hier, wenn was ist. Dann haben wir das. Wir sehen uns. Schade, kann man da nie einen Schrott oder etwas kaufen. Ich gehe noch ein bisschen Bauti ab. Der ist nicht. Die kommt wieder zurück. Hiiii. Deec-Dec. Deec-Dec. Deec. Deec! Deec-Deec. Lea, gut siehst du heute aus. Jetzt sind wir ein wenig am Flirten. Die Hände ist momentan schon gut. Blenkgranaten wollen wir nicht. Wir wissen den Schrank, was wir haben. Ich möchte jetzt noch etwas schauen. Ich glaube, irgendwo kann man noch schauen. Sammelobjekte. Ich sehe ja nichts. Ich meine, wir können irgendwo schauen. Irgendwo schauen, was es ihm gibt. Irgendwo. Irgendwo. intrifizierungs. Bei 25 gibt es schon einen Automatschropflinder, den ich nicht möchte. IDF-Boot-Waffe, was ist das? Da kann man gut schauen, was für... Besserer Schläger, schau jetzt hier, bei 36. Bei 43. Eine Traktorbombe gibt es auch noch. Augen behalten, da gibt es ein ganz interessantes Zeug. Fernlenkpombe, 100%. In welches Design? Jetzt haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir abgeschlossen. Also... Was ist unsere nächste Mission? Die müssen wir auch noch schauen. Storys anzeigen. Schauen wir, was wir machen sollten. Kopfgeldjäger könnten wir machen, oder Infizierungsbeseitiger. Das könnten wir eigentlich noch machen. Wir haben ja genug Zeug. Das können wir doch nötig machen. Und dann auch noch eine Schnellreise machen. Nein, da muss ich in die Tüche fahren. Wir gehen in die Tüche mal schauen. Mein erster... Vielleicht wollen wir schiefgehen, was wir hier vorhaben. Aber die Nester haben wir nuttig aus. Und dann haben wir auch die Nester wieder in diesem Gebiet gemacht. Hey Dick, hörst du mich? Die Prothese von Boozer ist fertig. Eddie sollte ihn finden und rüber schicken. Großartig, Ricky. Ich bin gleich da. Dick, Ende. Oh nein, Kreischer. Das ist ein guter Punkt. Kreischer. Hoffentlich begegne ich dieser nicht. Jaaa, das war sie. Heilig, Donner, das tut hier. Bro, gruselig ist das, wie sie tut hier. Hier oben haben wir, glaube ich, auch schon eine Horde vernichtet. Das ist eine Maschinenpistelle. Das ist wirklich eine Maschinenpistelle. Hier ist wirklich eine Maschinenpistelle. Moment mal, das hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ja, wegen diesem kommen ja auch die Eiken. Ja, wegen diesem, das ist ganz viel vor Augen. Nein, nein. Ja... Die ist gut da. Die ist sogar sehr gut, muss ich sagen. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Der Schaft. Die ist nachgekommen. Das wird aber schon so ein Scheisskreischer. Da geht man, bevor man sie mit sieht. Jetzt fahren wir wieder zurück. Das Nest haben wir auch gemacht. Halt, halt, halt. Wer will jetzt mit mir? Schnell reisen machen wir. Geht schneller. Die Ladezeiten sind ja ziemlich lang. Aber wir kommen noch einmal an. Was gibt es hier für eine Mission? Die sind hier verbunden. Ich bin nur... Ich bin nur... Ich habe die Sittungen. Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur... Jetzt in die Falte da. Okay. Ich habe es. Ich fixiere sie noch, ja? Na bitte. Schon besser. Okay. Hey Bruder. Sieh mal, Rickies. Neues Spielzeug für mich. Eigentlich war es sieben. Das ist ja total abgefahren, Buser. Hey. Damit könnte ich so ein... Gottverdammter muss jetzt hier werden. Oh Gott, ihr scheisse Ripper. Hey. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Verdammt. Okay. Der Buser. Das ist immer denselben. Der Heim ist gut. Zu welcher Position sollte man da? Letztes Mal für O'Brien. Das muss ich jetzt gerade nicht machen. Spionieren für O'Brien. Sonst ist er da hier. Da haben wir doch auch noch etwas. Ah ja. Die Kopfgelder haben wir ja noch an allen Orten. Die Camps haben wir da noch an allen Orten, an denen wir machen sollten. Da hier schon eins. Da hier bist du noch eins. Genau. Die müssen wir machen. Die machen wir das nächste Mal alles. Hot Springs. Uuuu. Das sieht auch nach Ordengebiet aus. Dort sind Gänse in den Bergen. Gänse. Das ist ja gut. Dann haben wir wieder einen Orden. Ja. Das sieht nach Ripper aus. Copeland. Ja also. Dann haben wir jetzt das nächste Mal wieder Feier. Ein bisschen. Wie immer zuerst. Wir gehen doch zuerst hierher. Mal suchen. Hierher. Oh. Da müssen wir eben in ein Gebiet, in das wir noch nie waren. Aber das sehen wir das nächste Mal. Jetzt gehen wir noch heute. Jetzt gehen wir noch. Hey. Dürfen tanken. Wie geht's dir, Bas? Ein Bug sieht echt mitgenommen aus, Mann. Ich mach das. Ich bin schon so teuer. Ich bin hier, wenn was ist. Ich bin hier, wenn was ist. Schöne Malerei. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab kein. Die Köln. Ich bin hier. Die Köln. Was geht ab so? Das war's. Die Köln. Ich freue mich. Die Köln. Wir haben hier. Oh ja. Gute Wahl. Jep. Sehr schön. Die Karte, die ich jetzt habe, ist wirklich nicht schlecht. Ich habe einen Sniper, eine Maschinenpistelle und eine gute. Mir fehlt natürlich Schrott, bevor ich in der nächsten Folge irgendetwas mache. Ich muss zum Schrott. Schau, die warten schon auf mich. Hier geht die Mission los. Die möchte ich aber noch nicht machen. Aber jetzt. Da hast du bestimmt immer noch mein Bike, oder? Wird dir nichts geklaut und nichts angelegt? Schauen darfst du es, aber mehr nicht. So, ich danke für den Support, ich danke für das Schauen und tschüss. Und hoffen wir, diese Folge kann ich diesmal herunterladen. Und tschüss. Ich danke dir. 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 Ich danke dir.